Die Schlacht bei Elassar war eine Auseinandersetzung zwischen den Seelöquiden und jüdischen Makabären auf dem Höhepunkt des makabäischen Aufstandes. Hintergrund Der Seelöquidische König Demetrius I. Sota startete 160 v. C.H.R., einen neuen Feldzug im Osten seines Reiches und überließ seinem General Baktschites 20.000 Mann Infanterie und 2.000 Reiter, um den Westen des Landes zu befrieden. Er wurde damit beauftragt, das abtrünnige hasamidische Königreich zu erobern. Baktschites marschierte umgehend mit seinen Truppen von Galilea nach Judäa, um die Hauptstadt der Makabeer, Jerusalem, zu erobern. Nachdem Baktschites mit der Belagerung der Stadt begonnen hatte, entschloss sich der geistige und politische Anführer der Makabeer, Judas Makabeus, die Seelöquidische Armee in einer Feldschlacht in der unwegsamen Umgebung Jerusalems zu stellen. Die Schlacht Judas Makabeus konnte nur wenige von seinen Anhängern davon überzeugen, die Seelöquiden in einer offenen Feldschlacht anzugreifen. Mit etwa 1.000 seiner Getreuen wagte er dennoch den Ausbruch aus der belagerten Stadt. Aufgrund seiner wenigen Truppen ignorierte Judas die Seelöquidische Infanterie, die sich in langsamer unflexibler Phalanx-Formation bewegte. Sein Ziel war die Tötung von Baktschites, der mit seiner Kavallerie am rechten Flügel der Seelöquidischen Armee ritt. Judas gelang es, den rechten Flügel der Seelöquidischen Armee ins unwegsame, hügelige Terrain vor den Mauern der Stadt zu locken. Die vorgebliche Flucht der Seelöquiden war jedoch offenbar ein Täuschungsmanöver von Baktschites. Die Kavallerie auf der linken Seite vereinigte sich schließlich mit den Reitern um Baktschites und Judas wurde mit seinen Anhängern von der Seelöquidischen Übermacht mit vielen seiner Soldaten getötet. Folgen Die Seelöquiden konnten nach dem Sieg kurzfristig ihre Autorität in Judäa wiederherstellen. Die Brüder von Judas, Jonathan und Simon kämpften jedoch weitere Schlachten mit dem Seelöquidischen General. Nach mehreren Jahren verlustreicher Kämpfe für beide Seiten konnte Simon die Herrschaft über Judäa erringen und die Seelöquiden vertreiben. Seine Nachfolger schufen die Dynastie der Hasmoneer, die aufgrund von internen Machtkämpfen nur etwa 100 Jahre existieren sollte. Nachweise Bezahl Ilba Kochwar The Seelöquid Army Cambridge University Press 1976 ISBN 0521206677 Brüder Vielen Dank.